Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Total War Rome 2, wieder in der Augustus-Kampagne mit dem Araskis und mir, dem Menenor. Und ja, für uns ist das jetzt eine ganze Weile her, dass wir das letzte Mal eine Runde hier gespielt haben in unserer Kampagne. Wir hatten leider zwischendurch jetzt eine ganz schöne Pause einlegen müssen. Warte, warte, ich glaube, wir haben das letzte Mal 30 vor Christus gespielt. Gut, ne? Oh, warte, den markiere ich nochmal kurz, dass wir alle zum Nachlesen schreiben, den Witz besser machen. Markieren, ausschneiden, nicht entfernen. Ja, jedenfalls, genau, Standort Dinge. Wir haben also hier oben unseren lieben Freund Araskis, der mit seinen oktavianischen Truppen gerade dabei ist, erstens im zivilen Sektor seine Wirtschaft nach Spanien auszukriegen, hat er gesagt. Deine Spanien soll Kornkammer und Geldkammer werden, so ein bisschen. Ich glaube, das hast du absolut richtig erkannt. Die iberische Halbinsel, genau. Und ich befinde mich im Krieg mit den, mit den, ähm, was ist es gleich nochmal? Mit den Numidiern, unter anderem. Ja, mit den Numiden. Und habe außerdem bei Leptis Magna eine Lebensrebellenarmee vor der Hütte stehen, an die ich mich gar nicht erinnern kann. Das soll aber dem Spaß keinen, keinen Abzug. Abbruch. Abbruch geben, Abbruch tun. Das soll doch dem Spaß keinen. Abzug halt, genau. Und, was habe ich denn hier gerade? Ich sehe gerade, ich habe hier unten zwei Legionen stehen und hier wird eine, die erste Legion neu aufgestellt. Gut, ich bin, ich bin einigermaßen im Bilde. Ja, ich, ich schaue noch. Ich habe jetzt hier gerade mal gesehen. Stimmt, ich hatte ja als letztes hier oben Brigantium erobert, wenn ich mich an die letzte Folge so gerade so blümerant erinnern kann. Und da steht nämlich jetzt noch ein bisschen Restarmee, die jetzt natürlich noch zerschlagen wird. Aber die dürfen natürlich nicht den Hauch einer Chance haben. So, wir machen das hier im automatischen Angriff. Und das machen wir gleich. Aggressive Stellung und ran. Zack. Bei Ebora. So, wir machen mit den Sklaven mal kurz einen Prozess. Und damit sind die Ebera nämlich vernichtet. Ach, bitteschön, da habe ich es jetzt gefunden. Das hat ein bisschen gedauert. Genau. Es sind gleichzeitig noch ein bisschen ein paar Extras mit dazugekommen, die ich jetzt noch schnell verteilen kann. Fünf Prozent wohl, das ist vielleicht nicht schlecht. Hauptsache, du hast deine Sperrträger, damit du deine Vigiless alle aufstellen kannst. Ja, genau. Ja, es ist ja, es ist einiges jetzt passiert in der Welt, vor allem von Total War. Es ist mit Attila ein neuer Ableger erschienen, den ich noch nicht gespielt habe, der allerdings von Meninor schon mal näher beäugt worden ist. Ja, ich war schon wieder eine ganze Weile her, dass der auftauchte. Ja, das lohnt sich aber auf alle Fälle, ist wieder schön, wer sich an Rome 1 erinnert. Da gab es ja dann dieses Ättern. Ich gebe ab. Diese Erweiterung, wie hieß es, Barbarian Invasion. Ja. Und ja, im Prinzip diese Spielzeit, der Zusammenbruch Roms und der Aufstieg der Barbaren bis hin zur Invasion der Hunden, das thematisiert natürlich, wie der Name vielleicht schon ganz leicht andeutet, Attila. Das Bedürfnis nach Kavallerie. Was habe ich denn jetzt hier bekommen? Das Bedürfnis nach Kavallerie? Trotz eurer unangezweifelten militärischen Macht ist einigen aufgefallen, dass es eurer Kavallerie an Stärke und Anzahl fehlt. Reiter sammeln oder Kavallerieausbildung? Na, dann kannst du auch beides haben. Minus 25 Produzent Rekrutierungskosten. Ich habe heute irgendwie eine verknotete Zunge. Das merkt man nicht. Das ist zwei Erfahrungsrang für Kavallerie-Rekruten. Ich gucke mir. Also nehmen wir die Reiter sammeln, aber ich habe jetzt eigentlich, meine Kavallerie ist mir gerade mal schon vollzählig. Ich bräuchte das für die Bodentruppen. Na, was soll's. Du hast hier eine afrikanische Rebellenarmee in Kapsa stehen. Berrien ist vernichtet worden. Der Haushalt erweitert sich. Ja, in Grube schicken. Und wir haben die Legion 1 Akklamato, hat wieder ein paar Legionäre rekrutiert. Leider habe ich kein Geld. Zusätzlich kommt noch hinzu, dass ich sehr wenig Finanzmittel habe. Na gut. Ne, genau. Ja, und das Attila ist, man sieht, dass es aus dem Rome 2 hier entwickelt wurde. Aber es hat trotzdem einerhand Unterschiede in der Spielmechanik, in der Spielweise. Ja. Das habe ich daneben geklickert. Das war nicht so schön. Nein. Und, aber es lohnt sich auf alle Fälle auch mal da reinzuschauen, das zu spielen. Ich persönlich bin allerdings ein wenig enttäuscht von dem, was dann als nächstes Total War Projekt kommt. Das wurde ja vor kurzem angedeutet. Na ja, Moment, Moment, Moment. Wir wollen mal chronologisch vorgehen. Dann ist vor kurzem Total War Battles Kingdom erschienen. Ja. Wir wollen ja chronologisch vorgehen. Ja. Wir haben bereits in diesen Online- und Free-to-Play-Ableger mal reingeguckt. Und ich denke mal, wir werden in der Zukunft da vielleicht mal ein, zwei Videos produzieren, weil es uns persönlich gut gefällt. Aber das ist natürlich nur möglich, wenn die Leute bei Sega-Creative Assembly es hinbekommen, dass das Spiel nach dem letzten Patch wieder läuft, denn das tut es aktuell nicht. Ja. Also das Spiel läuft schon, aber man kann sich halt nicht mehr einloggen. Du bist jetzt ein bisschen ungünstig gelaufen, das sehe ich gerade. Manchmal klappt es mit dem Einloggen, aber ziemlich häufig kommt der Fall, dass es dann sagt, ups, Connection lost oder so eine Scherze. Und es liegt tatsächlich nicht an uns und unserer Unfähigkeit. Man mag es kaum glauben. Es liegt tatsächlich daran, dass mit dem letzten Patch offensichtlich irgendwas verschlimmbessert wurde. Ich beende meine Runde. Denn, ja, ziemlich viele Leute haben das halt schon festgestellt. Das entweder heißt, es kann kein Server gefunden werden oder dass der Server timed out, also die Verbindung zum Server abgelaufen ist von der Zeit her, die ping zu hoch war. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil das Spiel auch die Eigenschaft hat, dass es logischerweise nicht anhält, wobei das jetzt nicht so schlimm ist. Nee, gar nicht. Also im Prinzip, man sammelt ja Rohstoffe und das funktioniert halt auch, wenn man ausgelockt ist. Das ist natürlich jetzt gar nicht gut, was jetzt hier gerade passiert ist. Da muss ich mich mal, naja, der Cantabra hat sich gedacht, hey, ich lande mal bei Episos irgendwie an. Hast du ein Angebot? Ja, die G-Tooler. Ja. Die G-Tooler, die da ganz im Westen sitzen, haben mir gerade was angeboten, ich nehme da ein Schutzbündnis für ganz wenig Geld, das habe ich mal gemacht. Für ganz wenig Geld? So, was kommt denn jetzt hier? Die Mauri. Na gut, ich denke mal, das ist auch, das ist der Rest der Iberer, der Rest der iberischen, nee, warte mal, sind das Iberer? Ich kann es gar nicht richtig sehen. Na gut. Ähm, automatischer Angriff und wir klären das hier. Sind wir mit den Mauri verbündet? Ja, das sind wir, nee, nicht verbündet, sondern die sind, äh, oder doch, warte mal, das war das nicht mein Klientelkönigtum? Ähm, das sind irgendwie Bündnis oder sowas, hast du mit denen auf alle Fälle geschlossen, ja. Ja, irgendwie. Deswegen habe ich mich jetzt auch mit den Getulern geeinigt, weil die finden sich noch westlich von den Mauri und das ist mir dann so eine abgelegene Provinz, was soll ich damit? Ja, die Mauri, da wollen wir mal schauen. Was vielleicht noch zu sagen ist zu dem Total War Battles Kingdom, der ein oder andere kennt ja vielleicht auch das, äh, Total War Battles Shogun und das wurde damals fürs Handy entwickelt oder überhaupt für mobile Geräte, dass Total War Battles Kingdom soll, wenn es aus der Beta irgendwann mal rauskommt, momentan ist es noch in der Beta und jetzt die Only, ähm, wenn es denn da rauskommt aus der Nummer, soll es tatsächlich plattformübergreifend sein, sodass es dann auch möglich ist, auf dem PC seinen Spielstand anzufangen und dann halt unterwegs auf seinem Tablet oder seinem Macbook oder weiß der Teufel was, äh, zu spielen. Ja. So, das warten wir mal ab, wann das soweit wird. Wie gesagt, momentan macht das Spiel einen sehr guten und lustigen Eindruck, es sieht sehr schön aus auch, es ist sehr hübsch gehalten, allerdings möchte man bitte auch beachten, es ist ein Total War Battles, kein Total War. Richtig. Es gibt eine ganze Menge Leute, die gerade auch bei Steam negative Bewertungen geschrieben haben, äh, keine Massenarmeen und Spiel. Genau, ich verstehe das überhaupt nie, ich will Massen schlachten und ich will hier gefälligst meine Städte komplett ausbauen, was im Übrigen auch gut möglich ist und was auch sehr viel Spaß macht, aber wie du schon so schön sagtest, es ist halt ein anderes, Spielprinzip. Ja. Es ist komplett anders, man hat, man beginnt da in England, das Jahr aus 900 zerquetschte irgendwie und das ist die Story dahinter ist halt, dass das Land ist vom Krieg zerfressen, was England eigentlich schon immer irgendwo war und Krieg erklärt, Marco Mann und Darkien, sind da von mir aus, macht mal, lasst euch nicht aufhalten. Mhm. Genau, ja, das ist durchaus möglich. Genau, das war das nächste und dann hat vor einigen Tagen, also aktuell jetzt einige Tage, wie gesagt, wenn ihr das Video rauskommt, kann es sein, dass es schon eine Weile her ist, hat, äh, ja, Sega, äh, äh, etc. die Ansage gemacht, dass ein neues Total War bereits konzipiert ist und zwar Total War Warhammer. Richtig. So, dazu ist es folgendes zu sagen, dass wir durchaus Warhammer-Freunde sind, aber... Aber, also ich muss ehrlich sagen, ich finde, ähm, bei allem, bei aller Freude über das Warhammer, äh, über dieses Warhammer-Universum und seine mittelalterliche Welt, ursprünglich gab es ja nur das 40k, das Mittelalter kam ja später, ähm, ich persönlich bin davon jetzt nicht so begeistert, dass ich davon ein Total War-Spiel haben möchte. Ja. Und man muss dazu sagen, ich hätte mich eher gefreut, vor allem nach dem Attila, was meiner Meinung nach sehr gut gelungen ist, sehr gut gemacht ist, hätte ich mich vor allem gefreut auf ein Medi-Evil 3, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen blöd und wie eine Neuaufwärmung, aber wenn man das neue, wenn man Rome 2 gespielt hat, wenn man mit, ähm, Shogun 2 vorher schon in gewisser Weise das Rome 2 und letztes Attila gespielt hat, dann wünscht man sich eigentlich ein Spiel, ein Medi-Evil 3 mit der, mit der Spielmechanik, mit einer angepassten Spielmechanik, auch mit der Spielmechanik und das ist halt schade, dass man dann diesen, diesen Weg geht zu Warhammer, ist mir irgendwie ein bisschen... Ja. Ich, ich muss halt persönlich noch sagen, also, ähm, ich hab ja nun vielleicht auch, was das betrifft, ein paar mehr Sachen gespielt, die, die Dawn of War-Geschichten, äh, 2 und so weiter und so fort, was mir auch immer viel Spaß gemacht hat, aber ich muss eben halt auch sagen, für mich ist Total War auch immer irgendwie dieser realgeschichtliche Hintergrund und das wird ja jetzt im Prinzip mit, mit Warhammer ja nun völlig aus den Angeln und Fugen gehoben, wenn man dort ein, äh, Fantasy-Szenario einbaut. Also wie gesagt, man muss mal schauen, es kann natürlich auch einen Reiz, äh, versprühen, wenn man dann gewisse neue, also wenn man statt, ähm, Nationen dann, was weiß ich, Zwerge und Orks und, äh, ähm, ja, Imperiale und so weiter spielen kann, aber ich muss halt sagen, äh, auch, auch, auch der erste Trailer war durchaus nicht schlecht, aber, hm, da muss der Funke erst noch ein bisschen überspringen, wenn er's denn überhaupt tut. Ja, also wie gesagt, mich reizt's jetzt erst mal so auf Anhieb gar nicht, muss ich sagen, was ich, ich, ich find's ein bisschen schade, dass man's macht, gut, es wird sicherlich auch seine Fans und Freunde finden, vielleicht gibt's ja welche, die sehnsüchtig auf überhaupt so etwas gewartet haben. Ja, ich denke, naja, nach den, äh, nach einigen, äh, Tweets und keine Ahnung was dort, äh, äh, Facebook und so weiter zu, zu sehen, da gibt's schon eine positive Resonanz dazu. Ja, das denke ich schon, äh, wie gesagt, auch gerade was den Fantasy-Sektor angeht, zwar hat, das ist zwar Total War im Prinzip, ähm, gewisserweise ein Novum vom Hersteller her, aber es gab ja damals für Rome 1, glaube ich schon, und auf alle Fälle dann für Medi-Evil 2 die, äh, Third-Age-Mod, die ja das, äh, Total War-Spielprinzip nachher dahin gekatapultiert hat, was unglaublich Spaß gemacht hat, die Mod war unglaublich gut gemacht, ich hab's selber reingespielt, in die Medi-Evil 2-Version zumindest, ich fand die sehr schön. Und sowas vom Hersteller-Seite her mal komplett konzipiert, würde mich natürlich auch reizen, denn man muss auch sagen, dass, äh, Medi-Evil 2, die Mod für Medi-Evil 2 war zwar gut gemacht und schön gemacht, aber es war halt schon eine, die Engine ist halt aus heutiger Sicht schon eine ganze Weile alt und die Möglichkeiten, die man damals hatte, und man muss natürlich auch sagen, dass, äh, die Engine einfach zum Teil auch gesprengt wurde von so Sachen wie Minas Tires etc. pp., wo heute natürlich die, die Entwicklung ganz, ganz anders aussieht. Streitkräfte, ach ja. Ich habe hier keine Einheiten, ach so, weil ich nicht dran bin. Ich wollte nochmal nach meinem Senat und alles gucken, das ist, das habe ich jetzt zwei Runden lang verpasst, tut mir natürlich nicht. Ja, ich kann mal einen Blick auf meinen Senat werfen. Ich bin aktuell, ja, der Einfluss steht bei mir bei 39%. Das Problem ist natürlich, also das kann natürlich, das kann natürlich positiv und negativ sein, dass man also mit jeder Stufe hier gewisse Boni oder Mali erhält. Man will natürlich einen Boni bekommen. Allerdings steigt mit dem Machtanspruch auch der Bürgerkriegspunkt. Das habe ich nämlich gehabt. Ich hatte nämlich mal in Eigenregie vor einiger Zeit mir nochmal das Cäsar DLC mit dem Gallischen Krieg angeschaut und da ist mir nach einigen hervorragenden Anfangserfolgen nämlich genau das passiert. Das ist tragisch. Und das ist nicht weiter schlimm gewesen, aber man merkt eben halt, ja, je mehr man erobert, umso erfolgreicher man ist, umso mehr Imperium. Das Punkte man sammelt, umso komplizierter wird es auch, das alles zusammenzuhalten. Ist ja auch nicht unbedingt unrealistisch. Wobei ich jetzt gerade, entschuldige. Ja, nee, erzähl. Okay, ich habe ja selber noch die Hauptkampagne, die eigentliche Hauptkampagne am Laufen. Ich habe ja später angefangen als du. Und ich habe da ein bisschen das Problem, den Fakt, dass ich ziemlich großzügig damit umgegangen bin, mir es mit den Senatoren zu verscherzen, was dafür sorgt, dass die Machtverteilung im Senat zwischen den großen Familien immer noch ziemlich gleich ist, wodurch meine Bürgerkriegsgefahr nicht steigt. Also ich habe mittlerweile ein ziemlich großes Imperium, was fast an die Originalgröße des alten römischen Imperiums rankommt, abzüglich Britannien und Griechenland. Und ich habe kein Problem mit Bürgerkriegsgefahr. Hm, lustig, okay. Dafür habe ich das größte Problem, dass ich jetzt im Fernen Osten, beziehungsweise eigentlich ist es ja der Nahe Osten, nicht mehr vorwärts komme, weil jetzt in meiner Einzelspielerkampagne der Feind dort diese ganzen, seine gesamten Agenten dort hingehauen hat. Also hier diese Streiter und sie lehmen meine Armee bei jedem Schritt und dezimieren die. Sobald ich über meine Grenzen komme, steht die sofort, hängt die Stecken. Ja, ja, das kenne ich, ja. Das kenne ich. So. Naja. Sind die Truppen wieder einsatzfähig? Mein Octavian, mein Octavian in Rom, der wird vermutlich jetzt bald zum Einsatz kommen, denn wir planen natürlich jetzt so langsam Stufe 2 in diesem schönen DLC. Und Stufe 2 ist der Kampf gegen unseren letzten aktuell noch verbündeten Antonius, der sich hier oben gerade, wenn ich das richtig sehe, nein. Achso, das sind hier oben die, 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 die Balkanvölker, die sich hier die Hucke wundschlagen. Aber das wird, denke ich, auch noch ein ganz schöner Akt, denn Antonius hat sein Reich ganz schön ausgedehnt. Griechenland, Teile Nordafrikas müsste eigentlich noch mit Ägypten verbindet sein und Teile des Nahen Ostens. Da haben wir ganz schön zu tun. Das sind, glaube ich, auch, wenn ich mich noch richtig erinnere, sind das nämlich auch Ziele. Wir müssen 100 Siedlungen beherrschen, entweder durch direkten Besitz oder über Klientel, Königstümer oder Militärbitnisse. Wir haben aktuell 44. Und wir müssen noch Syrien beherrschen. Und Syrien, da geht es über kurz oder lang gegen Antonius. Ja. Ich muss mal kurz eine neue Forschung festlegen. Das dauert ein bisschen. Ich muss erst mal wieder lesen. Wie gesagt, es ist eine Weile her, dass wir das das letzte Mal gespielt hatten und angegangen sind. Man sehe es uns nach. Oh je, da hat er aber wieder sein Handy nicht ausgemacht bei der Aufnahme. Nein, das ist tatsächlich, ist da noch die Vibration haben. Das war unser kleiner Timer. Achso. Nein, ist schon wieder soweit. Ich werde wahnsinnig. Ja, ich würde sagen, die Runde lassen wir jetzt gleich noch. Ich denke auch. Ich denke auch. In wenigen Sekündigen soweit. Ich stärke mal meine Wirtschaft. Ich brauche nämlich mehr Geld. Ich habe tatsächlich kein Geld und wenig Finanzmittel. Okay. Ich versuche mir jetzt hier noch auf hoffentlich konstruktive Weise Nieser zu unterdrücken. Hoffentlich konstruktive... Okay. Damit ich nicht in die Aufnahme reinpuste. Besser ist es. Also mal, ich muss hier mal noch... Ich habe hier noch sichere Beförderung. Das habe ich nämlich immer großzügig vergessen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Achso. Ne, das ist wichtig. Das ist nicht der Hauptaspekt im Spiel. Aber er ist wichtig. Ja. Richtig. Gut, haben wir das auch geschafft. Ach, du hast jetzt hier mittlerweile noch was eingenommen, oder? Ne, was? Ne, gar nicht. Null. Achso, ne. Ich habe das eingenommen. Ne, stimmt. Ach ja, hier die letzte numidische Festung liegt ja jetzt hier, ist ja hier Kedamus, ne? Kedamus und westlich liegt noch... Ach, ne, Dimiti ist gefallen. Ne, das habe ich gar nicht mitbekommen. Deswegen, ich wollte dir sagen, hier geht's... Da war vor kurzem noch eine ziemlich große numidische Armee drin. Ja, ja. Naja, jetzt steht da eine Getula-Armee drin. Mit denen du jetzt ein Bündnis geschlossen hast, wenn ich mich das erinnere. Ein Bündnis. Ein Bündnis. Also kein militärisches Mordschutz. Ja, dann, na dann. Aber ich werde mal tatsächlich meine dritte Legion nach Kedamus in Bewegung setzen. Das wäre... Südwelt. Das wäre gut, ja. Na gut. Ich drücke mal auf Runde Bänden, dann können wir uns noch anschauen, was unsere computergesteuerten Kollegen hier so machen. The College. The College. Ja, Antonius schippert übers Mittelmeer mit seinen Kreuzfahrten hier. Costa Antonius. Der war ja bisher auch ganz schön aktiv, in Anführungsstrichen. Ja, also null. Irgendwie. Gar nicht. Ich habe trotzdem ein bisschen Respekt vor den Ägyptern. Weil die ja diese Phalanx-Einheiten haben. Was ist denn jetzt schon wieder? Die Getula wollen noch militärischem Zugang. Nein, da unten, die Provinz gehört mir. Es tut mir leid, Freund. Das kannst du auch wissen. Da hast du aber noch gerade rechtzeitig nach vorne einen Sperrriegel reingehauen, du. Jetzt will ja Maury von mir die... Also jetzt hört es aber auf. Nein, nur weil ja alle Numidier hier... Ne, ne. Toll. Super. Hey. So, und ich würde sagen... Wenn ich dann Land und Boden haben will, müssen wir auf alle Fälle gegen Antonius marschieren. Geht nicht anders. Warte, ich habe gerade ein Ereignis. Die Ludi-Plebei. Nachdem die Römer die Herrschaft der atruskischen Könige 510 v. Chr. beendet hatten, war Politik der Bereich der aristokratischen Patrizier, die sich von der Masse der freien römischen Bürger, den Plebeiern, weiter abtrennten. Erst nach Auflösung der Ständekämpfe im Jahre 287 v. Chr. erhielten die Plebleier politische Repräsentation und Gleichberechtigung mit den Patriziern in vielen Belangen. Als Demonstration ihrer Stolz und ihrer Identität organisierten die Plebleischen Edilen, das Amt der öffentlichen Ordnung und der Feste, die Ludi-Plebei oder plebeischen Spiele. Sie fanden uns so weiter und so fort, ja, ein sehr bewegender, da gibt es für uns ein paar Boni, sehr bewegender Teil der römischen Geschichte mit den Grafenbrüdern. Das war natürlich eine ganze... Es hat sehr lange gedauert, bis auch die unteren Bereiche der römischen Bevölkerung mal was zu sagen hatten. Ist ja wie heute, ne? Also, in dem Sinne, wir sehen uns bald zur nächsten Folge, zu ein bisschen mehr Geschichte und zu ein bisschen mehr aufbauen und hoffentlich bald mal wieder zu ein bisschen mehr schlachten. Und ein bisschen mehr Tötelbo. Genau. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.